Entdecke die neue Ägypterwelt von Playmobil. Heute kommt der Pharao auf dem Nilschiff zur großen Pyramide. Aber Achtung, da sind Grabräuber am Berg. Oh nein, sie haben den geheimen Eingang entdeckt. Ha, ausgetrickst mit der Falltreppe. Wow, hier geht's zu den geheimen Schätzen. Spannende Abenteuer mit der Playmobil Pyramide und kostenloser Ägypter CD im Handel.